Athenor Doros Kanonitis oder Athenor Doros von Tarsos war ein stoischer Philosoph im 1. Jahrhundert v. chr. Leben. Athenor Doros war der Sohn des Centen aus dem Dorf Carnar bei Tarsons. Vermutlich Schüler des Poseidonius in Rhodos und Lehrer der stoischen Philosophie in Apollonia in Epiros. Er wurde von Kaiser Augustus nach Rom gezogen. Mit der Erziehung seines Neffen und späteren Adoptivsohnes und Nachfolgers Tiberius betraut und auch von Augustus oft zurate gezogen. Nach Sueten verbrachte Athenor Doros auch viel Zeit mit dem jungen Claudius. Nach einem Brief des Augustus war jener von der rhetorischen Gewandtheit des Claudius überrascht. Der Geschichtsschreiber Cassius Dio erwähnt, dass Athenor Doros von Augustus hoch geschätzt wurde. Plinius der Jüngere berichtet im berühmten Gespensterbrief. Dass ein Philosoph mit Namen Athenor Doros in Athen ein Spukhaus gemietet und dieses von dem darin wohnenden Gespenst befreit habe, ob es sich dabei allerdings um Athenor Doros Kaninites handelt, ist nicht sicher. Athenor Doros kehrte später, wie Strabon berichtet, als alter Mann nach Tarsos zurück und widmete sich der Lokalpolitik in seiner Vaterstadt. Seine Verdienste, die er sich durch Einführung einer Gemeindeordnung um diese Stadt erworben hatte, wurden noch lange nach seinem Tode durch einen Opferdienst gewürdigt. Von Athenor Doros zahlreichen, oft dem Athenor Doros Cordulion zugeschriebenen Schriften existieren nur noch Titel und einzelne Fragmente. Er widmete auch Octavia meiner, der Schwester des Augustus, ein Werk. Paul! 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 Vielen Dank.